Ach, hallo! Ich kenne dich. Wollen wir noch mal? Ach, hallo! Ich werde es doch! Ich habe doch gesagt, du bist der Star-Moderanz. Mach du Huse! Ach, hallo! Heute melden wir uns wieder mit etwas Speziellem. Und so ein Abo-Spezial. Ja, ich habe 14 Abonnenten im Special. Wir danken euch so sehr für so viel Fame. Ja, und deshalb bilden wir uns mit einem Spiel, das ihr vielleicht schon kennt. Und zwar das Spiel über den Schlendermann. Ja, das ist eigentlich das Segel von unserem 6 Abonnenten. und das Spiel, das wir in unserem 6 Abonnenten-Special gespielt haben, namens Linda. Und dieses Spiel, das Segel heisst, HAUNT! Fangen wir an? Ja! Auf den Gaben haben wir keine Stoffe! Ja, da! Ich! Nein, das ist doch nicht! Naja, die haben schon keinen Rücksicht auf Legaseniker! Ja! Wo sind wir denn hier? Oh, sind wir ein TV-Kopf! Ich glaube schon! Das ist unsere Taschenlampe! Ok, wieso benutzt dieser Wurzung einfach sein Ablicht? Was da? Na ja, das als Taschenlampe! Ja! Aber, mach nochmal das Licht an! Also, sein Penis ist nun klar! Also, was müssen wir in diesem Spiel machen? Wurzung! Ich habe es für uns am Body-Shot, und bin hier ein Wapp-One-Pop. Wo bin oben? Projekt HAUNT! Wunderschön! Schau mal die Lesung her! Ich habe es schon getzt, dass du von kommen zu Tode, dass du dich von kommen zu Tode erschreckst, und jetzt so sehr bald das Ländlerland kommt, um dich zu holen. Ich habe es schon getzt, dass du dich von kommen zu Tode erschreckst, Es macht mir voll Angst. Okay, gehen wir rein. Ja, das sollte mir. Oh nein. Was ist das? Geh einfach rein, du Pussy. Oh nein. Was macht denn das? Das ist sehr Angst. Da ist der Schwemmermann. Oh nein. Er nimmt dein Leben. Er ist blind. Wo ist der? Der ist eine Jessie-Tage. Hö, 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 hö. Das Spiel macht mir Angst. Ich spiele mit geschlossenen Augen. Nein, mach die Augen auf. Ja, ja. Mach sie auf. Ja, sie sind offen. Und ich bin. Ich bin normal. Ähm. Hallo? Ich bin so gut. Hä? Was? Ah, ja. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Das ist die Feindvorfrage Nr. 1. Ich glaube, wir müssen sie später besuchen, wenn man nicht da ist. Peace!